14? Wie alt ist man denn mit 14? Rote Karten, Rudelwilder, Mann. Ey, das ist ne rote. Hatte Schiri nicht gesehen? Und hat hier, Katrin hat's auch nicht gesehen. Katrin hat auch nichts gesehen. Katrin, nichts gesehen. Sie sieht aber nicht nach Kreisliga aus. Das ist safe, nicht Kreisliga. Was gibt's da? Ey. Achso. Gute rote Karte gezeigt. Was ist das für... Ich sag, das ist mindestens Oberliga. Oder Sechste. Ja, sowas. Sind wir bald? Achso. Der Mann ist weg. Geld. Züger, immer diese Leute im Hintergrund. Das ist okay. Jetzt zieht er voll durch, Junge. Was ist das? Der Zwiebel. Ja. Ja! Kreiskassen! Und! Überhelfer! Das war... Die 10 ist nicht schlecht, ja? Dani, mit 10 Euro weißt du, was cool ist? Und zwar hast du mal auf ein Kreisvideo Reaktet, wo mein Freistoß dabei war Und du meintest, der ist bestimmt ein Jürgenberger Und siehe, da bin ich halt echt einer Ehrenmann Kost, dankeschön für die 10er, mein Freund Ja, das habe ich schon öfter mal gesagt Hexenkäse das Spiel Fühle ich Ist Berlin, Dani? Das hier sind Berliner Mannschaften? Hertha 06? Lol, das ist... Hertha 06 ist Oberliga Lock Lol, das ist Oberliga-Chat Fünfte Liga Hä? Ich kenne sogar ein paar bei Hertha 06 Hala, niemals die Karte! Entschuldigung Mann! Ah, scheiße! Das ist eine besondere Chance, oder? Europa-Liga ist die fünfte Liga, glaube ich Das fühle ich ja nicht Greg, dankeschön für den Zappen Das ist aber auch nicht Kreisliga, Digga, das sind höhere Ligen Das sieht auch so nach Verbandsliga oder sowas Das ist Kreisliga Guck mal, da war Kanté Kanté auf euch Dodo Kanté auf euch Kanté der Kreisliga Ich glaub nicht so gespielt Ich glaube Lex Dental Digga, in meinen Augen... Warte mal... In meinen Augen ist das auch Oberliga Und wenn er jetzt rot gibt Oh mein Gott Was sind das denn für Schiedsrichter Also war jetzt nicht so sauber Ja Ja Digga dann Guck mal und in der Bundesliga Freunde Dafür gibt es niemals Er springt mit Knie rein Ich sag dir ehrlich in der Bundesliga wäre das safe Keine rote In der Kreisliga Ist euch mal aufgefallen Wie in der Bundesliga geredet wird In der Bundesliga Freunde Klar rote Okay was denn Seid alle aus Zucker Wenn der Schiedsrichter wäre gelb Alles gut Gelbe Karte Machs nicht nochmal Aber in der Bundesliga wird so viel Nicht gepfiffen Beziehungsweise alles lockerer gesehen So sehe ich das Wenn du in der Kreisliga eine gelbe Klasse ist Und sagst Was für eine scheiße oder so Ich schwörs euch Die geben euch gelb rot In der Bundesliga ist das nicht so Brauch ich In der Enten Thais In der Enten Thais Safe auch nicht Kreisliga gewesen oder so Und da können die ja schon richtig spielen In der Oberliga Da sind sie schon sehr gut Achso Achso Sensationspass Elva Geil Voll krass gemacht Der Pritzel Das war eine geile Parade Keine Elva Oh Mann der Haus wechselte gerne Sind immer dieselben Ja ich glaube Dass ein Verein Achso Die filmen das halt bei einem Verein Oder bei einem öfter Noah Dankeschön für deinen Sub Und Hey Danke für deinen Reza Beim achten Das ist dieser künstliche Kunstrasen Wo du aber mit Rasenschuhen Drauf spielen kannst Den feiere ich am meisten Kennt ihr den? Der künstliche Kunstrasen Also ein Kunstrasen Perfekt künstlicher Kunstrasen Ein Kunstrasen Wo du aber auch mit Rasenschuhen Drauf spielen kannst Der ist gut Das schlimmste sind diese Teppiche Diese Teppichkunstrasen Guck mal wenn er einfach eingewechselt wurde Oder auswechselt Dann wieder Geld bekommen Hoher Kurzraum Die Neuen sind immer echt geil Da hätte ich gar keinen Bock zu spielen Auf dem Platz Die Gang gar keinen Bock Hätte ich auf dem Platz Ich weiß nicht Ob ich der Einzige bin Fühlt ihr das Freunde Wenn die Tore Die so weit nach hinten gehen Dann ist es auch viel geiler Ein Tor zu schließen Also wenn das so geht Sozusagen Wenn das Netz so Nach hinten geht Ich glaube ihr wisst was ich meine Nicht diese Eier Tore Wisst ihr was ich meine? Dann macht es viel mehr Spaß Ein Tor zu schießen Anstatt auf so ein Drecks Tor Gute Besserung Fülle Fülle Gute Besserung Guter Ball Guter erster Kontakt Achso Warte ich zeig euch mal Das ist auch ein richtiges Kacktor Da willst du gar kein Tor schießen Ja ich glaube in den Kreis Hier das ist schon ganz cool Aber es geht viel cooler Aber so mein Es ist so Wenn das so weit nach hinten geht Wisst ihr was ich meine? Everything has changed Every day 24 7 You call my name And I will come running Yeah every day 24 7 Yeah every day I will come running Baby 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 Baby